Ich wurde gefragt, wem ich unbedingt ziehen möchte. Ich möchte unbedingt Mbappé ziehen, weil wenn ich Mbappé ziehe, kann ich den verkaufen. Dann kann ich endlich Kenny Lala fertig machen, weil da fehlt mir nur noch eine SPC. Dann könnte ich mich umschauen nach einem französischen Verteidiger. Die Chance ist aber sehr, sehr gering. Du kannst träumen von Mbappé. Es ist echt so. Ich gebe dir recht. Aber, aber, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Naja, wenn es sonst nichts ist. Ja, es ist echt so. So, perfekt. Haben wir geschafft. Die SPC rentiert sich doch nicht wegen Päck. Echt jetzt? Ich hoffe, ich kann dich eines Besseren belehren. Und da kommt jetzt Iken. Würde dir gönnen, Ehrenbruder. Und, ja, diese SPC hat sich nicht rentiert. Du hast recht gehabt, Bruder. Hat jemand von euch Mbappé gezogen? Das interessiert mich. Da bin ich jetzt gespannt. Ich gönne es jeden Einzelnen. Definitiv. Ich habe auf Twitter nämlich so gut wie gar keinen Mbappé gesehen. Deswegen frage ich, ne? Zu lustig, Leute. Gibt es feste Stream-Zeiten? Nein, leider nicht. Also wegen meiner Stream-Zeiten, ne? Wenn ihr wirklich nichts von mir verpassen wollt, ist es das Beste, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Auf Instagram kündige ich immer meine Streams an. Dort kündige ich immer meine Videos an. Ist ein bisschen sicherer als die YouTube-Glocke. Letzte Woche wurde ich auf der Arbeit von einer Kundin gefragt. Zu lustig. Sie hat gefragt, ob ich Deutscher bin, ne? Und wisst ihr, was ich geantwortet habe? Nee. Und in Österreich sagt niemand nee. Und mein Arbeitskollege ist da gestandener, ey. Er hat sich danach dumm und dämlich gelacht. Weil ich halt nicht mit Nein geantwortet habe, sondern mit Nee. Ey, das war zu lustig. Haaland ist voll fett in game. Ich bin größer als mein Lehrer. Sagt's ja noch nie mal Guten Morgen, Kleiner, oder was? I doubt it. 43 mit 13. Ich hatte, glaube ich, mit 13, hat die Schuhgröße 38 oder so. Ich war so ein richtiger Zwerg, Leute. Ich war so ein richtiger kleiner Scheißer. So eine richtige Handtuch-Ablage. Ich war so, ja, so ein Lehnstuhl war ich einfach. So, wenn du dich stretchen musstest, ne? Also wolltest. Einfach so mit Schultern. Also da. Da ist so halt dein Fuß. Da ist so meine Schulter. Bam, bam, bam. So als stretchen. So ein richtiger Zwerg war ich. Und was bist du jetzt? Ja, ein größerer Zwerg. Ha ha ha. Geil. Ha ha ha. Das ist ein geiler Verschreiber. Hast du schon deine AdWords geöffnet? Ha ha ha. Wir öffnen da meine AdWords, Leute. AdWord, bist du hier? AdWord, lass mal öffnen. Hab 5 Packs, kann ich den in deinen Stream öffnen? Ja. Wenn ihr dann Bock habt, ihr könnt alles in meinem Stream öffnen. PSN ID ist Pato FIFA Stream für Deutschland und für Österreich Pato FIFA YT. Den Bülü, Spaß. Hau waaah. Oder wisst ihr was, ich hol jetzt einfach die Rewards ab. Option 3, bam, zweimal 50 Carpacks oder so irgendwas. Oh yes, Leute. Alle einen Glückstore mal nach oben. Was geht ab, Chad? Sei dir gut drauf? Blblblblblblblblblblblblblblblbl. Es geht los. Bitte, ich spreche jetzt ein Gebet an den FIFA-Packler-Gots. Bitte, lieber FIFA-Packler-Gots, ich brauche den roten Mbappé, weil dann kann ich meinen Mbappé verkaufen, dann habe ich wieder Coins auf dem Tachrohr und dann kann ich den Player Moments Kenny Lala machen. Da fehlt mir nur noch eine SPC. Ich hoffe, lieber EA-FIFA-Gots. FIFA-Packler-Gots, ich hoffe natürlich, dass du meinem Wunsch, mein Gebet an dich erhört hast und dass jetzt der rote Mbappé kommt, okay? Amen. Ich kann nicht hinschauen. Ich mache ein Chat-Player-Pack. Leute, ich kann da nicht hinschauen. Zu krass nervös gerade. 3, 2, 1, let's go. Bitte, lieber EA-FIFA-Packler-Gots, ist er jetzt ein Mbappé? Nö. Kann alles, kann gar nichts, Leute. Den brauchen wir ja nicht, oder? SPC-Futter, ihr schreibt euch schon, für Kenny Lala. Genau, im Zweiten muss er drinnen sein. Schicke-Lag ist am Start. Schicke wird jetzt öffnen. Und bitte, Schicke, gönn uns einfach. Gönn uns einfach. Nein, der Gregoritsch. Der Broski würde sich safe darüber freuen. Er sei denn, er hat ihn selbst gezogen. Pray for Shiggy. Schade Marmelade, ey. Also 9 Packs haben wir noch in der Chance, Leute. Davon sind 2x50 Card-Packs dabei. Braucht unbedingt einen kranken Spieler. Okay, Walkouts ist schon mal SPC-Futter. Ich denke nur noch an SPC-Futter, Leute. Ich denke nur noch an Kenny Lala. Weil ich kann den sonst nicht abschließen, Leute. Und ich habe nur noch 2 Tage Zeit. Das ist so bitter. Das sind echt miese Zeiten, Leute. Bam! Walkouts, komm! Hä? Handanovic. Oblak, Leute! 91! 91 Oblak! SPC, SPC, SPC! Kenny Lala kommt uns immer näher, Freunde. Ha, ha, ha! Geil! 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 Ich denke nur an Kenny Lala. Es kommt Atletico, er sagt trotzdem Handanovic. Ja, ist echt so. Ah, ich dachte. Ich dachte jetzt. Aber ich dachte nichts. Schade. Diego Costa. Costa gar nichts. Lala muss man sagen. Komm! Bam! Kommt! Walkouts! Frankreich ZM. Oh, ein Headliner, Leute! Hä? Ich dachte jetzt. Ich habe jetzt. Ich habe jetzt mit einigen gedacht. Hä? Hä? Jetzt habe ich auch einen Headliner gezogen, Leute. Mein erster Headliner. Son, son. Hätte es noch ein anderer Franzose sein können? Varane. Nein, es hätte Varane werden können. Es hätte Varane werden können, ne? Nein. Varane. Leute, dann wäre ich reich. Dann wäre ich ein Rich Kid. Dann wäre ich der Bruder von K1 gewesen, Alter. 800k, ne? Das wäre zu krass gewesen. Und der kommt auch. Kein Walkout. Schade. Wie viele Walkouts hatten wir? Drei, ne? Aber davon war Oblak. Varane oder Sanson im Pack. Oh mein Gott. Und der kommt auch. Wieder Walkouts. Portugal. Spanien. Parejo. Das ist der Walkout, den man nicht braucht. Wir haben Kenilala, glaube ich, jetzt fix. Oh, oh. Es fehlen nur noch drei Chemiepunkte, Leute. Aha. Chi-Chi in den Chats. Chi-Chi in den Chats. Leute, wir haben es geschafft. Jetzt muss ich nur noch Aua erspielen. Das sieht so krank aus, Leute. Das sieht auch geil aus, Leute. Natürlich dieses äh, 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 Dinosaurier. Diese Pack-Animation. Die ist so geil. Feier ich. Gut, ich muss aber auch sagen, der ist echt die Coins wert, ne? Es gab Zeiten, da war Garincha auch mega niedrig vom Preis her. Ja? Wieder ein Walkout, Leute. Äh, Parejo oder was? Piqué. Ja, Piqué. Mit dem Walkout läuft's heute. Wir hatten heute einige. Aber es wird Burgos. Burgos. Schau, der kommt. Und ein Walkout, Leute. Bitte, Nehmer. Ah, das ist der Bobby. Leute, wenn ich Nehmer ziehe als... Achso, Nehmer ist ja... Nehmer ist ja... Ist ja... Dingsbums. Wer heißt denn der, Leute? Headliner, genau. Was? Das geht voll klar, Leute, das Pack. Das geht ja übelst klar. Wow. Okay, jetzt kommt ihr dran. Beitreten. Teams sieht auch stabil aus. Ich glaube, einer von euch wird in meinem Stream heute noch was Geiles ziehen. Ach, hier? Hier? Oh, der kommt. Wow. Kein Walkout. Wieder Grigorić wahrscheinlich. Aber es müsste in ihm Form sein, oder? Ribic. Auch stark. Ribic ist extinct. Gleich auf Maximalpreis reingeben. Du hast soeben deinen Freunden volle Kontrolle. Ey, Leute, ich kann das Pack ziehen. Gleich mal mit Münzen öffnen. Gleich mal die paar Icons abstoßen in seinem Team. Stellt euch vor, ich mach das. Miguel Pablo Style. In Form, Wills, Bild, ZM, Ramsey. Bitter. Wenn du was Gutes siehst, küsse ich dir Wand. Mit Beweis Video. Mit Beweis Video. Freundchen. So. Drei, zwei, eins. Da kommt bitte jetzt was Gutes. Ich glaube, der war heute so viel. Der kommt. Headliner Walkouts. Portugal. Semedo. Steven. Steven. Semedo. Oh mein Gott. Die letzte Pack. Krank. Wie viel kostet der? Krank. Semedo, Alter. Semedo. Oh mein Gott. Und das krasse ist, ich freue mich wirklich für dich. Ich freue mich so, als hätte ich den. Ja, ich habe den sogar selbst gezogen. Als wäre das mein eigener Account. Oh mein Gott. Geil. 400.000 Coins. 400.000 Coins habe ich die Steven gezogen. Und mein Videotitel ist gesichert. Danke dir Steven. Alter. Und da kann noch was dahinter sein, ne? So krass im letzten Pack. 400k. Hoppala. Er geht gleich weg. Er nimmt mir gleich das Recht weg, dass ich nicht mehr auf den Account zugreifen kann. Steven freut mich mega. FIFA for Bros. Mein Moderator. Also jetzt auch in dem Video. Geil. 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 Geil.